Hallo und sehr willkommen zu Xander-Funk von Deinheit2Station. Ja, wir gehen im Tagebuch mal weiter zur nächsten U-Bahn-Station. Die ist da. Ja. Ist ja gleich um die Ecke. Das ist gut. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass es schon wieder irgendwie dasselbe ist. Das war jetzt nicht von der anderen Seite gerannt, ein Busch? Nee. Okay. Okay, sah merkwürdig aus. Noch? Du kennst nichts. Du siehst mir nicht so schnell aus. Das war recht leicht. Oh, wir können wieder... Immer noch keine Ahnung, wer sie angegriffen hat. Was würde ich sagen, ähm... Na, Molotovs-Cocktail können wir jetzt endlich wieder... ...bauen, herstellen. Super. Machen wir jetzt auch natürlich wieder Tags. Ich hörte, die Männer des Schlechters sind auf irgendeiner komischen Droge. Was für eine Scheiße ist das hier? Oh! Von hier wurden wir ja abgeholt. Wie liegen es doch hier noch alle? Hier war die Mission, die eine. Hier war ordentlich was los. Ich glaube, das war sogar die... Mit... Die letzte? Oder war es sogar die letzte? Oh, Momentchen, Momentchen. Können wir jetzt... Eigentlich... Wie viel können wir da mitnehmen? Nicht, dass wir jetzt hier gleich voll sind. Rucksack. Ich würde sagen... Verschieden ist das Müll. Boah, ich weiß es nicht. Sieht wieder genau gleich aus. Schade. Welches Level sind denn die hier? Zwei. Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, oh. Ja. Einfach stehen damit und abwarten. Ah, jetzt. Kommen wir jetzt hier nicht gerade wieder nach vorne? Ja. Okay, da müssen wir auf jeden Fall durch. Okay. Dann gehen wir später natürlich erst durch. Erstmal kurz nochmal draußen gucken. Oh ja, hier ist auch ein kleiner Laden. Ist auch immer sehr schön. Oh, cool. Oh, na. Passport, äh, Passport zeige ich schon. Na. Ganz genau. Von innen verschlossen. Okay, okay, okay. What? Okay, da sind welche. Okay. Hier ist Geld drin, oder? Oh, okay. Oh, okay. Wenn es geht. Oh, okay. war auch wieder recht easy oh mit e kann man treten ok good to know ich glaube die ist sogar ich sage jetzt mal müh ich finde ich schon echt toll gemacht die u-bahn station schon echt toll gemacht ich habe kein trinken hier ok das heißt wir müssen hier definitiv runter und dann wieder alles aktivieren also ist das wahrscheinlich exakt dasselbe wie vorhin ja ja das ist also hier passiert noch gar nichts jetzt gehe ich hier genau drei neue ok jetzt gehen wir mal ganz fix hoch noch mal ob hier noch irgendwas ist außer hier ah von da kommen wir dann hochgefahren hier ist bestimmt der fahrstuhl drinnen nee warte mal nee der ist ja da ah kann sein vielleicht ist das der fahrstuhl ok ok perfekt oh ach so doch hier ich wollte gerade sagen hier ist doch ein bisschen härter immerhin mal ein anderer generator immerhin mal ein anderer generator gut das ist jetzt eins zu eins dasselbe ja 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 ist exakt eins zu eins das gleiche ok sehr schade ich glaube genau dieselben generator kann das sein ich glaube ja ich glaube der war da oben ich glaube der war da oben oh da gibt es tatsächlich doch was zu looten ach schhh nicht so ein Bild ja ich habe einfach so gedacht hat man nicht zu springen aber muss ja gar nicht rüber diesmal ach cool das war noch easy easy yeah keine Ahnung ja ok jetzt überlege ich da trotzdem mal kurz rüber zu gehen weil ich ja jetzt auch weiß wie man da ohne Probleme rüber kommt ja na guck mal ob wir da irgendwas finden ne 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 ich glaube hier gibt es auch nix zu lösen oh doch da ja jetzt habe ich sie gemacht ja der andere war das letzte Mal halt der hier die haben sich so gedacht machen wir mal einen anderen ja ja jetzt habe ich es mir hier ganz unnötig schwierig gemacht hier wieder raus zu kommen ach super ja ok ne jetzt gehst du mal aufsammeln das gelbe grüne bling schön jetzt kommt der Fahrschuh wieder runter das sind das gelbe ach so das ist wie fair kling klassiker alles wie gehabt oh du hast mal ganz kurz die Lampen wieder jetzt sind wir doch tatsächlich wieder hier ja das problem ist ich komme da glaube ich gar nicht mehr hin oder ich würde gerne wissen wie ich in die raum komme ah das ist ne 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 der ist das ja bunten ich glaube nicht mal mehr dass ich da jetzt hinkomme ich glaube jetzt fahren wir nach ganz unten wieder ah ja genau jetzt sind wir hier da reinkommen ich glaube ich gar nicht mehr und Stroh scheiß ach das ist ja da oh Gott das ist ja da oh jetzt war ich ok that was my bed ok es ist ja da oben ich würde mich trotzdem sehr interessieren wie ich da hinkomme oder oder ist das vielleicht wirklich meine Schlaf Dingens hä doch hier habe ich schon alles ist nur noch da drin ah 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 guck mal ah guck mal ah guck mal ah dann springe ich da rüber dann springe ich da rüber haben wir auch ganz kurz durch die Welt geguckt ist ja auch nicht verkehrt ne ja super freut mich super freut mich vielleicht haben wir jetzt ein oder zwei Dinger da äh übersehen aber naja ich habe gerade Stromfach bekommen äh ja oh schick oh ist wieder dasselbe new walls crossing geil ach ja hier ist wieder die äh die Dings joa super ja hier ist zu die Seite war glaube ich davor zu ne ja klar hier sind doch nicht hingekommen joa dann wie man wirst du schon arbeiten ich gebe dann oben und schreib den Kommentar ob ich das für die Lippenwelle hin tschüss tschüss